Leute, ich kann doch jetzt nicht verlieren. Wenn Guschel für mich spielt, ist es mit meinem guten Rang zu Ende. Hey Kinder, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Dummdödel Challenge. Für alle, die die Dummdödel Challenge noch nicht kennen, ich spiele hier eine Runde dieses Spiel Amps Race, oder wie es heißt, diesem Spielmodus. Und wenn ich diesen Modus verliere, beziehungsweise eben also ein anderer gewinnt, das ist ja für mich der Lose Fuck, dann muss ich eine Strafe durchziehen. Ich habe schon einige Sachen machen müssen, mir Eier auf den Kopf zerschlagen und in Seife beißen, Pfeffer essen und so ein Scheiß. Und ja, die letzte Strafe, die mit dem Xbox-Controller im Livestream nutzen für Counter-Strike, konnte ich leider noch nicht durchziehen, weil mein Adapter dafür, also dieses Teil, um die Wireless-Controller eben anzuschließen an den PC kaputt ist. Ja, da muss ich mir erst noch einen neuen besorgen. Die aktuelle Strafe wird folgendes sein. Wenn ich das hier verliere, dann muss, dann darf, dann soll Guschel ein Matchmaking für mich spielen. Bis jetzt habe ich ihn noch nie an sowas angelassen, weil ich finde, dass er einfach ein Vollidiot ist. Aber gut, da ich eh nicht verlieren werde, hat sich das eigentlich schon erledigt, ne Guschel, du Peser. Scheiße, ich bin zwei hinten dran, die da am ersten Mann. Das suckt vielleicht. Und da unten kommen die Lacker vom Haus aus und natzen mich weg. Nicht mit mir. Wo seid ihr, ihr Schweine? Habt ihr euch im Haus versteckt, ja, ne? Stimmt hier oben. Ajo! Überraschung. Ich habe dich gehört, du Lurch. Aha! Ha! So, Pumpgun, Leute. Kommt ihr mal bitte hoch. Hallo! Jawohl, sehr schön, sehr schön, Männer. Sehr schön. Ich habe den ersten gleich wieder eingeholt. Oh! Da haut er mir einen in die Fresse. Okay. Aber ich bin erster, ich bin erster. Scheiß Pump, ihr wisst. Pump... Ah! Pump ist für mich der Graus. Alter! Er hockt da hinten, ne? Ajo! Aber den jage ich jetzt nicht, ne. Vor allem nicht mit der dreckigen Pump. Na, 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 na. Ja. Nein, nein, nein. Woo! Oh, fuck! Ach, scheiße! Ich hätte da hinten jetzt mal ganz schön durchgeacet, ne? Alter, es gibt es nicht, dass der eine über mir ist. Wie kann der Kerl besser sein als ich? Das ist unmöglich. Oh, scheiße! Na, wie Peler! Ich kann doch Guschle nicht spielen lassen. Jetzt mal im Ernst. Hallo? Können wir uns vielleicht mal ein bisschen anstrengen hier? Anscheinend, dass wir alle davonrennen. Jawohl. Immerhin die verkackte Ding fertig. Ey, scheiße. Da oben im Fenster steht einer, ne? So. Wow, nein! Oh, Gott! So ein Juckel, Alter. Steht da einfach schon parat. Um mich zu ficken! Leute, ich kann doch jetzt nicht verlieren. Wenn Guschle für mich spielt, ist es mit meinem, mit meinem guten Rang zu Ende. Oh. Okay, gut. Ich bin erster, ich bin erster. Chilt, chill, chill. Ich kann mich kurz entspannen. Ah, nein! Ha! Du wickst Beutel! Ja! Fick dich, du Schüttel! Alter, huu! Ich war schon so ein bisschen gut, ne? On point! Nächstes Mal muss ich dann mit einem Handicap spielen. Also dann muss der erste drei Runden schon geschafft haben und erst dann steige ich ins Spiel ein. Daumen nach oben geben, weil ihr cool seid. Wenn ihr nicht cool seid, Daumen nach oben geben. Aber ihr müsst dann da trotzdem lernen, cool zu werden. So in der Zukunft. Okay? Gut. Also bis dann! Wiefig man hat! Ich bin gerne auch Penel. Um, das ist ja kaputt, ich bin echt куда extraterrestreuse. Oh, es hilft, es heilt ним!